Leute, was geht ab Leute, Hong hier, mit einer Neuigkeit, könnt ihr schon sehen, oder auch nicht, ich blende das hier ein, und zwar, 1. Mai, es kommt, viele haben mich gefragt, Hong, was kommt nach Lavados, was glaubst du, ich hab ja immer gesagt, ist doch klar, Zapdos oder Arctos, und jetzt kam die Bestätigung auf dem Twitter-Account von Antec, Pokémon Go, der offizielle Pokémon Go Twitter-Account, 1. Mai, ändern sich die Crests, momentan sind sie alle sehr feuerfokussiert, man kann wohl Nona bekommen, Magma, Makago, Punita, Wulpix, Tornopto, Glumanda, entwickle Flamaga, entwickle 5 Feuer-Pokémon, also momentan sind sie alle sehr, kann man auch, sehr feuerfokussiert, und hier steht, dass sie dann mehr Flug- und Elektro-Pokémon mäßig fokussiert werden, und auf dem Bild ist es einfach so Zapdos, also das ist schon Bestätigung genug, und der letzte Satz ist ganz interessant, und zwar, including skill-based tasks that will challenge your abilities as a trainer also skill-basierte Aufgaben, bin gespannt, was die damit meinen, also, der einzige Skill, den es eigentlich in Pokémon gibt, ist, wie gut man werfen kann also, der Satz ist irgendwie sehr interessant, ansonsten Zapdos kommt, in ein bisschen mehr als eine Stunde und neun Minuten kann ich das letzte Mal Labadus noch fangen, hoffentlich der vierte Versuch, endlich was Gutes, ich kenne schon viele, vor allem viele von euch, die haben schon ein gutes Labadus bekommen durch die Feldforschung, ich leider noch nicht, vielleicht morgen, Livestream, werde ich live meinen Labadus noch fangen, wenn nicht, dann nehme ich es davor auf, irgendwie, aber jetzt wissen wir es, Zapdos ist ab dem ersten Mai am Start, also, für die nächste Feldforschung, nächsten Donnerstag auf jeden Fall die Wände läuft momentan, dreifach Staub, heute ist der zweite Tag gewesen, also für euch dann, der dritte Tag startet dann, am ersten Tag ging ich noch ab, habe ich noch ein bisschen was gefarmt, auch ein bisschen was gedreht, werdet ihr dann, glaube ich, noch sehen, wenn dann, auf jeden Fall eine kleine Zusammenfassung davon, zweiter Tag, also heute, zu viel zu tun gehabt, leider nicht gefarmt, und morgen dann, was für euch dann heute ist, ein bisschen verwirrend, also heute, wahrscheinlich auch keine Zeit, aber Freitag dann, Freitag, Samstag, Sonntag, und Montag läuft das Event, glaube ich, auch noch, bis 10 Uhr, also, Montag nach der Arbeit, dann von 7 bis 10, 3 Stunden, geht auf jeden Fall, glaube ich, auch noch was, also, da, am Wochenende, werde ich auf jeden Fall noch reinhauen, dann schreibt mir in die Kommentare, wie es bei euch so momentan läuft, mit dem Event, dreifach Staub, gönnt ihr euch, und, David auch erhöht, Funpeak, Walmer Shiny, habt ihr schon Walmer Shiny gefangen, alles in die Kommentare, und eure Meinung zu Zapdos, habt ihr schon ein gutes Zapdos, also, ich brauche auf jeden Fall noch ein gutes Zapdos, also, das war's von mir, wenn ihr mal liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen, wie es ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter, checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon CS Business!